Hey Leute und willkommen zurück bei Cry of Fear. Wir sind ja immer noch in dem Park. Hier dürften erstmal keine Gegner sein und wir müssen dort irgendwas ausgraben. Ich hab's ja beim letzten Mal nicht hinbekommen. Ich muss auch echt sagen, ich habe wirklich Schiss, dass hier irgendwo ein Gegner rausspringt, wenn ich hier grabe. Hier müsste eigentlich was sein und ich sehe es einfach nicht. Da bin ich, okay? Da ist ein Kreuz, da sind zwei Kreuze, da ist eins. Das müsste doch hier sein. Ihr habt doch in die Kommentare geschrieben, dass dort der Boden anders aussieht. Hier! Hier! Nein. Ist das Muni? Aber hier vorne müsste auch was sein. Ich bin jetzt so zielstrebig da hinten hingerannt. Aber hier ist doch auch irgendwo was. Ich kann halt echt überall mal hier. Das könnte auch was sein. Nein. Ne, stimmt. Das gerade sah ein bisschen anders aus. Ich müsste halt einfach wirklich nur genau auf den Boden gucken. Da! Oh Mann, ist da jetzt überall... Was? Inventar voll? Ich kann doch hier nichts wegwerfen. Moment, ich habe da eine Spritze. Und ich habe doch hier vorne auch eine hingelegt, oder? Ja, da liegt auch noch eine. Okay, da muss ich nachher mal schauen, ob ich dann die Schaufel wegwerfen kann. Hier auch nochmal. Ich gehe jetzt gar nicht nach der Karte. Ich schaue einfach ganz genau auf den Boden. In der Hoffnung... Magazin. In der Hoffnung, dass hier wirklich nichts rausspringt. Ich meine, es ist ja doch schon auffällig, ne? Wenn man genau schaut... Ist nur der Wind. Ist nur der Wind. Das hier nicht. Da sind zu viele Blätter. Ah, wir könnten mal hier hinten schauen, in diesem kleinen Stückchen hier noch. Da ist ja noch so ein abgegrenztes Stück. Aber ich möchte halt hier gerne alles haben. Es waren ja doch ein paar mehr Kreuze. Hier. Oh, Leute. Warte. Okay. M16? M16? Ist das die M16? Ne, die hier. Ne, das ist die Shotgun. Sniper. Wo ist die M16? Das hatten wir schon ausgehoben. Okay. Hier ist definitiv nichts, ja? Also zumindest sehe ich hier nichts. Da hatten wir das ausgegraben. Boah, das Dröhnen auf den Ohren. Das ist überhaupt nicht angenehm. So, wie kommen wir denn? Alles ging von der anderen Seite, ne? Stimmt, von der anderen Seite kommen wir da rein. Hier ist auch nichts. Na, solange hier nicht die Michael Myers Crew wieder rumspringt, ist eigentlich alles gut. Wobei ich das Gefühl habe, ich fühle mich heute mutiger als sonst irgendwie. Ich habe so das Gefühl... Ach du Scheiße, das ist ein Schlüssel? Da ist ein Schlüssel und ich habe... Oh! Ein Bett. Da hinten ist ein Bett. Ach du Scheiße. Okay, ähm... Wir droppen die, holen uns den Schlüssel. Und legen die hier mal eben kurz auf die drei. Da ist das Bett. Ich sehe es ganz... Boah. Naja, ganz genau sehe ich es nicht, aber ich sehe es. Shit, Moment mal. Da ist es. Treffe ich das von hier? Wow. Ja, die Frage ist, sind da noch mehr Betten, ne? Ähm, Schlüssel... Ach, Moment. Ist dann der Schlüssel für das Haus hier, ja? Sehe ich das richtig? Das kann natürlich sein. Sind hier noch mehr Betten? Ah! Da ist noch eins, aber es ist das Einzige, ne? Wow. Die haben aber auch ein... Oh! Ach, Quatsch. Eins, zwei. Die haben aber auch eine verflucht weite... Reichweite, ne? So. Ich bin immer noch... Ach so, das ist das kaputte Bett. Ich bin immer noch am überlegen... Ob ich hier noch weiter grabe? Aber ich finde gerade nichts. Das hatten wir schon. Hier ist so eine große freie Fläche. Könnte ich mir vorstellen. Ne, da haben wir das gefunden. Na, lauf doch. Da haben wir das... Ne, das war ja nichts. Okay. Hier auch nicht. Da auch nicht. Da? Nein. Boah, die Vögel. Und dieses Dröhnen auf den Ohren, das wird immer krasser. So, ich bin jetzt am überlegen. Ich schaue mal gerade... Huch, was war das denn? Ich schaue mal gerade, ob wir direkt ins Haus kommen. Ist hier irgendwo ein Michael Myers? Nein. Pass mal auf. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Darauf habe ich gehofft. Huch, darauf habe ich gehofft, dass wir den Schlüssel benutzen. Aber noch nicht ins Haus müssen. Sehr gut. Da kann ich mir nämlich noch beide Spritzen holen. Sehr gut. Und die war hier. Und die war hier. Boah, Leute. Ja, doch. Ich habe das Gefühl, ich bin heute mutiger. Trotzdem habe ich Angst. Jetzt müssen wir da ins Haus. Habe ich eigentlich gar keine Lust drauf. Schon wieder in so ein Haus zu gehen. Ich weiß nicht. Ich bin dann doch lieber draußen auf den Straßen. Lädt das jetzt auch mal. Ach, du Scheiße. Okay. Ich höre Geräusche, die mir nicht gefallen. Ich sehe ein Fahrrad, was mir nicht gefällt. Wo? Da war doch was. Nein. Geh wieder rein. Ich gehe da nicht in so eine Wohnung. Ganz bestimmt nicht. Der Aufzug funktioniert nicht. Door would budge. Na geil. Lass mich raten. Hier springt gleich wieder so eine alte raus, ne? Ich höre doch hier was. Was ist das? Oh. Oh, ich habe neue Kostüme. Sehr schön. Mod DB Hoodie. Wo kommen die Geräusche her? Moni. Kaffeetasse. Speicherpunkt. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Ich muss jetzt wahrscheinlich hier durchs Fenster, ne? Weil da hört man den Luftzug so und da vorne komme ich ja nicht weiter. Nee, oder? Ach du Scheiße. Da muss ich rüberspringen? Euer Ernst? Oh Gott. Wow. Leiter hoch. Also auf den Dächern finde ich jetzt ein bisschen... Das gefällt mir jetzt nicht so gut, muss ich sagen. Da hinten... Da ist ein kleiner Explodierender und da ist ein Bett. Äh, Quatsch. Sehr gut. Sehr gut. Ach Quatsch. Eins, zwei. Muss ich da... Oh, nett. Ich muss jetzt noch mal kurz gucken. Also, das ist eine Remington 870 Shotgun. Das hier ist eine Sniper, das ist klar. Und ich bekomme die ganze Zeit Munition für M16. Das muss ein Gewehr sein. Was ich entweder übersehen habe... Oder gleich noch finden werde. Bei meinem Glück. Habe ich es... Oha. Ah. Hey. Karlshorn vom Dach, oder was? Meine Güte. Ja, entweder habe ich es übersehen oder wir bekommen es gleich. Das will ich sehr hoffen. Also, dass wir es gleich bekommen. Oh. Ist das hier echt richtig? Oha. Das schaffe ich doch niemals. Oha. Doch, das schaffe ich. Was? Hier rum? Ey, seid ihr wahnsinnig? Wow. Wow. Ich finde es irgendwie cool auf den Dächern, aber irgendwie auch gar nicht. Hallo? Da. Noch weiter nach oben. Simon, warum tust du das? Und dann sind wir hier? Oh, was ist das? Was ist das? Oh, was ist das? Oha. Oh, was ist das? Oha. 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 Die Rooftops? Was machst du hier? Sind du schuldig? Möller? Simon, du hast mich angregen! Angregen? W-w-w-what die f***? Das ist einfach schick! W-w-w-w-w-w-w... Maybe it's just... Okay.. Let's talk about something else. How have you been? Mhm. I, I don't know. I'm just... confused. You-? Not too bad. Thank you. Es ist besser, dass du hier bist. Ja, ich bin... Ich bin glücklich, dass du hier auch, Sophie. Ich bin alleine all diese Zeit. Ich verstehe. Es ist schwer. Aber was für dich? Warum bist du hier? Bist du hier von diesen Sachen? Nein. Ich verstehe wirklich nicht, was du bist. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe, aber es war nicht ein Alley. Ich kann wahrscheinlich zeigen. Nein. Hush, Simon. Kannst du hier einfach mal sitzen? Ja, sicher. Ich verstehe. Es ist ein Alley. Ich verstehe. Ich verstehe. Das ist das Essen? Was in der Höhe ist hier passiert? Ist es über den Dr. Mann? In der Gasmask? Dr.? Simon, bitte. Nein, ich meine, über die Schule. Ja? Was? Ich weiß nicht, ob du wusste, aber ich hatte immer eine schwierige Zeit in der Schule. Du war, du war, du war wohl der einzige Mann, der mir war. Ich habe nie gesagt, aber ich möchte dich wirklich bedanken, um mich zu machen, um mein Leben etwas mehr wahrzunehmen. Du bist ein süßer Mann, Simon. Ja. Ja, du hast es ziemlich gut. Danke. Ja. Ich glaube, ich habe dir geholfen, weil ich mag dich. Du war eine der die Leute am besten in der Schule und... Ich weiß nicht, ich einfach... Ich glaube, ich wollte dich schützen. Ich habe nicht lieb, aber ich glaube, ich kann. Ich würde, wenn wir uns gut kennenlernen, wenn wir uns besser kennenlernen können. Du bist so schön, Sophie. Simon, warum haben Sie nicht gesagt? Ich habe nicht gesagt, ich habe die courage. Oh, Simon. Ich weiß nicht, was ich sagen. Ich habe immer liebte, aber nicht in der Weise. Ich habe immer gedacht, du warst nur ein Freund. Ich habe nichts mehr. Ich bin sorry. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin froh, dass ich dich gefunden habe. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja. Was ist das du, der mich versucht, anzuseinhalb von mir zu telefonieren? Ja. Ich wollte dich mit dir sprechen. Und alles wegzukommen. Oh, aber was? Hier? Nein. Wegzukommen von allem. Wegzukommen von allem. Was? Was bedeutet das? Was bedeutet das? Ich weiß nicht, was ich meine. W-w-wait a secu... Du meinst all... NO! No, NO, NO! Sophie... Why did she... What the fuck... This... This isn't making any sense! Why? Why?! 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 You sick fuck! Alter... Was? Was? Und jetzt soll ich hier direkt kämpfen? Was? Was? Was zur Hölle? Ich... 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 Ich glaube es nicht! What the fuck... Ach so, ich muss nach laden. Äh, shit. Alter... Was? Bleib hier. Okay, muss ich noch bleiben. Ey, ich bin gerade so perplex, weil ich mich daran nicht erinnern kann. Also an den Namen Sophie schon, aber nicht daran. Reift er mich auch an eigentlich? Nichts zu heller. Ich glaube, zwei, drei Schuss noch, dann hat sich das hier erledigt. Dann habe ich meine ganze Munition verballert. Jetzt nämlich. Was spuckt der da runter? Oder was... Irgendwelche Köpfe. Alter Finne. Ich weiß nicht, das war so... Das war jetzt einfach irgendwie so ein... Ja, die haben sich unterhalten und... Ihr ging es nicht immer gut, ihm ging es nicht immer gut. Aber jetzt das? Was zur Hölle? Oh ne, ich will da gar nicht runter gucken. So, liegt hier vielleicht noch irgendwo was? Und vor allem... Und vor allem... Was mich natürlich sofort an Silent Hill erinnert hat, ist die Tatsache, dass er von den Monstern erzählt hat und sie anscheinend absolut keine Ahnung hatte, wovon er redet. Also ist die Frage, warum sieht sie die Monster nicht? Warum sieht er die Monster? Müssen wir jetzt hier hinten wieder zurück? Irgendwo hier? Hier drauf? Ah ja, da kamen wir hoch. Okay. Hier ist die Leiter. Kannst du die benutzen, bitte? Oder... Ach ne, hier kam ich ja nicht... Hier kam ich ja nicht hoch. Ich bin gerade ganz perplex irgendwie. Und danach jetzt dieser Kampf. Was... Was sollte das Monster darstellen? Können wir hier vielleicht... Ne. Ich geh nochmal hoch. Der hing an irgendwelchen Ketten? Ich muss doch jetzt nicht hinterher springen, oder? Da liegt sie auch noch. Ah, ich muss da weiter. Glaube ich. Kann ich hier... Ach, kann ich hier einfach wieder zurück? Wow. Krass. Krasse Sache, Leute. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Moment mal. Heftig. Echt heftig. Ja. Gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.